Hallo und herzlich willkommen! Wir kommen zurück zu Kingdom Hearts, Recoded, Level 1, eine Abschlusskommando ausführen. Das ist ein Schmazzupo. Uhhh... Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Herausforderung bestanden. Mehr wollte ich schon gar nicht. Ich möchte hier einfach nur überleben. Alter Schwede, wieso ist das plötzlich so langsam? Ich möchte hier einfach nur überleben. Das ist so nervig, dass die auch getroffen werden können und dann Punkte verloren gehen. Vor allem, da ich mich nicht wehren kann. Könnt ihr da bitte wieder aufstehen? Wie lange seid ihr denn down? Achso, ich muss euch mal eine L helfen, damit ich alle war ja was. Package. so eine nervige scheiße so 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 viel SP verloren Gotts Gotts Waited on Ah Ah! Ah, 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 ah. Oh, das ist... Was soll ich denn dagegen machen? Ich bin extra doch gerollt, meine Fresse. Ich hasse es. Donald and Goofy angewiesen zu sein ist so eine scheiß Mechanik. Goofy, come on! Goofy, come on! Donald! Donald! Goofy! Power! Das ist ein zentraler Trick hier. Oh, okay. Oh! Oh! Wieso gehst du denn auch nur auf mich? Ich kann nicht blocken. Das ist unfair. Ich kann nicht blocken. 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 Okay. Ich kann nicht blocken. Ich kann nicht blocken. Ich kann nicht blocken. Ich kann nicht blocken. Ich kann blocken. Ich kann nicht blocken. Okay. Okay. Goofy. 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 Stop. Power. Okay. Gut, Blöcke zu stören. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie mit dem letzten Herzlosen fertig werden. Geht doch. Oh, das hat vorhin so schwierig geklappt. Okay. 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 Ja. Okay, alles Mal sieht went. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, der Ausgang ist da drüben. Natürlich. So, jetzt noch eine Ebene mit dieser Mechanik. 22 Gegner besiegen, okay. Das heißt ja, dass mindestens so viele da sein müssen. 6 Klitschgegner muss ich besiegen. Ei, ei, ei. Sie sieht gleich nicht das Ziel an, was ich anvisiert hab. Okay. 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 Ok. What 001,7 disagreement. Oh. Krasio. Okay. Wie decir. Watta. Egal. Wur界. Das war's. Das heißt aber, dass im großen Raum noch fünf weitere sind. Ich würde die... Ah ne, es ist die richtige Taste aber... Boah, jedes Mal. Okay. Schön, dass ich die Herausforderung bestanden habe. Okay. Das war der zweite Glitchgegner. Bleiben noch vier. Ich meine, das ist der Nächste. Ja. Guten Tag, Xie. Okay. Okay. Ich bin... Ach du Scheiße. Das ist schlecht. Okay. Gut, er ist tot. Einer fehlt noch. Ich bin auf jeden Fall... Sehr angestrengt, weil ich immer noch ohne Schlüsselschwert hier arbeite. Und ich mich auf die beiden Vollheinis hier verlassen muss. Okay. Irgendwo muss es noch einen einzigen Gegner geben. Wieso ich das gerade sehe, wäre es vielleicht nicht... Ich habe schon wieder versehentlich die falsche Taste gedrückt. Oh Gott, da oben ist der. Ganz gerne da oben bleiben. Sehr schön. Ja, ja, äh... Also nicht, dass es die Passage gibt, wusste ich. Aber ich wusste nicht mehr, dass die Passage sogar noch einen Systemkern hatte. Ich dachte irgendwie, die Passage war zu Ende nach dem Untergrund. Okay. 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 Super, da wollte ich auf jeden Fall hin. Gut, die Gegner sind besiegt. Hier waren auch keine mehr. Könnten natürlich da drüben jetzt noch welche sein. Ein Schild ist zu fett, Goofy. So. Ne, ist auch keiner mehr. Gut, dann heißt es, Blöcke zerstören, Leute. Okay. Okay. Da geht's jetzt. Okay. Ja, okay. So, Auskrank ist da links, okay. Nein, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Danke sehr, tschüss. Okay. So, das hätte ich auf jeden Fall gerne. Das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne. Das, das. Und genug Magnera-Kommandos kann man nie genug haben. So. Ihr seid ja nicht mehr auf Kämpfen. Ja, ich bin immer noch nicht ganz mit dem gestrigen fertig, weil ich krieg irgendwie links über die Klinge noch immer nichts mehr Laufen. Steven wollte es jetzt, glaube ich, auch mal probieren. Äh. So. Jetzt komme ich hier lang. Mein Speicherpunkt. Wie nett. Ich speichere dann mal wieder, ne? Das war's, Carlo. Aha. Hast dir wohl heulend Verstärkung geholt. Weil du es alleine nicht schaffst, was? Aber weiter als hier kommt ihr nicht. Herzlose. Ha. Ne bessere Aufwärmübung. Jetzt. Sura. Vorsicht. Eine Falle? Ich kann mich nicht bewegen. Donald. Goofy. Na, großartig. Ha, ha, ha. Wieso versucht ihr überhaupt, diese Witzfigur zu beschützen? Es schließt sich kein Geheimnis, dass er genauso unecht ist wie sein Schlüsselschwert. Hör auf zu, von Sura zu reden. Er ist unser Freund. Egal in welcher Welt. Donald. Unfug. Er sieht vielleicht aus wie Sura, aber das ist reine Augenbüscherei. Er hat ja nicht mal ein Herz. Das stimmt nicht. Wir haben Suras Herz gespürt. Ach ja. Du weißt das auch. Wärst du nicht blind für Güte? Warum, wenn nicht für Ausfürsorge, sollte Sura trotz all der Gefahren und hoffnungslosen Augenblicke für uns gekämpft haben? Genau, und auch wir werden daher für ihn kämpfen. Er ist Teil unseres Herzens, so wie wir Teil seines Sins. Unsere Freundschaft machte stark. Und sie wird niemals enden. Wir sind verbunden. Pah, törrechtes Geschwätz. Doch damit ist jetzt Schluss. Mit eurem rührseligen Geschichten krimmt ihr mit mir jedenfalls kein Haar. Donald, Goofy. Hör auf damit, bitte tu ihnen nicht weh. Dies ist euer Ende. Nein. Was ist passiert? Mein Schlüsselschwert? Wie das? Manifest, das ist doch zerstört. Du steckst voller Überraschungen, Sura. Micky. Wieso hast du dich... Wieso? Was habe ich getan? Das kann ich dir auch nicht genau erklären, Sura. Irgendwas muss sich in dir verändert haben. Das Schlüsselschwert bezieht seine Kraft aus dem Herz seines Trägers. Mein alter Freund von mir hat einmal gesagt, dass ein Herz weit mehr als nur ein System ist. Darum kann man es nicht in Daten umwandeln. Wir haben das Schlüsselschwert programmiert, doch seine wahre Kraft konnten wir nicht emulieren. Daher konnte Malefize zerstören. Doch während dieser Reise ließ du Bande zwischen uns wachsen. Du hast dich über das System erhoben, Sura, und deine einzigartige Kraft erhalten. Sie hat dein Schlüsselschwert zurückgebracht. Wow. Bestimmt hat das Schlüsselschwert gewollt, dass wir die Bugs dieser Welt gemeinsam bekämpfen. Von neuen Kräften stand nichts im Arbeitsvertrag. Zeit für einen strategischen Rückzug. Von wegen, du entkommst uns nicht mehr. Lass auf der Stelle Rico frei. Das war's dann wohl. Was ist das? Daten werden gesammelt. Wieder Herstellungsrate 60%. Und tschüss, ihr Trottel. Oh nein, er hat es uns nicht erwischt. Seht doch, ihr Schlüsselloch. Oh, warte mir. Wartet, überlasst das mir. Wieso das? Ihr alle habt um meinetwegen gekämpft. Jetzt bin ich an der Reihe. Lasst mich das Licht sein, dass euch den Heimweg warst. Hey, hey, jetzt übertreibst du aber ein bisschen, oder? Äh, was? Äh, nun ja. Wollte auch mal heroisch klingen. Na gut, dann lassen wir das mal durchgehen. Mut dir aber nicht zu viel zu, Soa. Denke daran, du bist ein Teil des Teams. Wenn du leidest, leiden auch wir. Wie könnte ich das vergessen? Ich komme heil zurück, versprochen. Das Spiel ist aus, Carlo. Du kannst es einfach nicht lassen, was? Tu dir keinen Gefallen und er gibt dich. Ha, nicht nachdem du mir ständig dazwischengefunkt hast. Jetzt ist Schluss mit lustig. Mach dich auf was gefasst. Hm? Ja. Das war's für heute. Okay. So. 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 Das war's für heute. Geht doch. Ups, das war doof. Na gut. Ups, das war's für heute. 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 Und wie soll das gehen? Ups, das war's für heute. 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 Ich bin jetzt in Holobäschchen, das heißt, ich bin in der vorletzten Welt. Allerdings geht die Welt eine Weile. Super. Direkt verkackt. Toll. Super. Doppelsuper. Also, was jetzt noch aufsteht, ist dieser Kampf. Dann muss ich noch Riku heilen. Dafür muss ich nochmal durch Räume von allen Welten durch. Dann muss ich Malefizien Carlo retten. Dafür muss ich den eigentlichen Bug im Tagebuch zerstören. Und dann kommt noch Shadow of Memories. Äh, kommt noch Castle of Levien mit dem Roxas Kampf am Ende. Und dann noch zwei Secret-Bosse. Wow. Ah, im Notfall muss ich halt die ganze Zeit nur auf Völker setzen. Ich bin nicht doof. Ich krieg's nicht hin, diesen scheiß erster Tackle jetzt, wollen wir es mir merken. Ich bin nicht doof. Okay. Okay. Merken, erster Tackle. Toll. Dann macht er sie nicht. Arschloch! Arschloch! Ich hab schon wieder versehen, dich in Heiltrack benutzt. Ich mag, ich hasse das. Und ich kann, ich kann, ich weiß, was ich... Ah, verdammt gewährt. Mist. Ah, verdammt gewährt. Ah, verdammt gewährt. Ah, verdammt gewährt. Das war richtig... Scheiße, okay. Nein. Ah, verdammt gewährt. 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 Mist. Oh, verdammt gewährt. Ah, verdammt gewährt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich glaube übrigens, dass das nicht nur eine Phase war. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ich hab eigentlich gewechselt. Oh, was zum Kotzen. Als ob ich unbedingt hier diese Drecks-Heiltränke-Tränke haben wollen würde. Ich darf diese Scheiße nicht wechseln, wenn ich in der Kombo bin. Warum? Warum darf ich meine Kommandos nicht in der Kombo wechseln? Wow. Wenn ich eingreife, passiert das. Okay. 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 Oh. Ich hab zweimal Blocken gedrückt. Dann mach halt bitte auch einen Block. Du kannst das von mir aus die ganze Zeit machen. Und dann mach halt bitte auch einen Block. Und dann mach halt bitte auch einen Block. Oh, ich hab geplockt, verdammte Scheiße. Oh, das war schon fast geschafft. Aber nein, ich darf ja niemals beim ersten guten Versuch es schaffen. Ach, meine Fresse. Das war so doof. Den Tod hab ich verdient. Ich krieg ne Macke. Sie nimmt halt auch wirklich einfach nur diesen scheiß Trank, wenn du mich ärgern möchtest. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, warum kann man diese scheiß Blöcke überhaupt anvisieren? Das kotzt mich ein bisschen an. Ich will nicht in die Richtung des scheiß Blöckes gucken, der wegkommt. Ich will Rico anvisiert haben. Ja. Lass meine Blöcke doch mal durchkommen. Natürlich, komm, da habe ich ihn reinvisiert. Ach, wirklich? Ich will euch. Ich will euch. Ich will euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Und Phase 3. Jetzt hat er die richtige Arsch-Attacke getroffen. Mhm. Genau die. Ja, das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Da kommt der Schlag, okay. Just try to give up. Das ist gut. Meine Fresse. Gibt es da eine sichere Methode, die mit dem Kack ausweicht? Meine Fresse, ey. Ja. Just try to keep up. Okay, kann es blocken? Aber irgendwie auch nur den ersten. Okay, das ist offensichtlich eine ganz gute Methode, um das zu blocken. Ja. 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 Wenn ich es irgendwie hinkriege, dieses Timing rauszukriegen... Oh, ernsthaft? Jetzt so? Aber das ist doch kompletter Bullshit gerade gewesen, oder? Einfach zweimal hintereinander, die Drecksattacke. Als ob es mir nicht einmal schon reichen würde. Ich spreche wieder zu, aber wenn es irgendwer am Arsch wird. Und vor allem senkt dieser Scheiß-Attack auch noch meine Verteidigung. Als ob es nicht sonst schon genug wäre. Ey, sag mal, willst du mich verhorschen? Du willst es jetzt aber wirklich wissen, ey. Es kann doch nicht wahr sein. Dreimal. Dreimal. Was ist das für Bullshit? Ja. Der Sprung hat nicht geklappt. Uh. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zupo 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, also bei Super Mario und Zelda 3 kann ich dir helfen. Ich muss mal kurz was gucken. Ich glaube, heute war Pen & Paper, ne? Schon wieder. Okay, ja. Ich könnte so, als wäre heute mit der Pen & Paper. Es geht heute nur bis 20 Uhr. Just try to keep up. Just try to keep up. Just try to keep up. Ich klinge sehr begeistert. Tja, ich klinge sehr begeistert, dass ich bei meinen Streams wieder nicht vorankomme. Weil ich statt der üblichen Tageszeit nur sechs Stunden habe. Ich würde halt ganz gerne mit Projekten fertig werden. Das klingt verrückt, aber naja. Es muss ja immer alles auf Samstag gelegt sein. Deswegen war ich ja auch nicht so ganz begeistert von der letzten Pen & Paper Runde, dass die auch noch Samstag stattfinden sollte. Dann bin ich bei Zero ja trotzdem nicht an dem scheiß Boss vorbeigekommen, obwohl ich noch mal ein Extra-Steam eingelegt habe. Ja, 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 ja. Just try to keep up. Just try to keep up. Ja, 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 ja. Just try to keep up. Ja, 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 ja. Wieso zur Hölle ist denn der zweite jetzt auch so hochgekommen, Mann? Ja, ich verstehe das schon. Ich würde das Ganze gerne die ganze Zeit machen. Das kannst du von mir jetzt gar nicht machen. Also, ich würde das gerne. Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt war es schon mal wieder unschön Hier, das ist super gerade Das ist perfekt gerade Lass dich bitte komplett verprügeln Danke sehr Memoir Das klingt super, wenn die Konsole das sagt Das klingt super, wenn die Konsole das sagt Das klingt super, wenn die Konsole das sagt Das klingt super, wenn die Konsole das klingt 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 Das sind also Rikos Daten Ziemlich leer hier Hey Was war das? Ich fühle mich total schlapp Zora, alles in Ordnung? Das fragst du mich? Sollte es nicht hier sein Noch kann ich die Bugs abwehren Aber sie breiten sich aus Bald werden sie alle Daten in ihrer Gewalt haben Du fühlst dich kraftlos, oder? Nee, eigentlich fühle ich mich genauso wie vorher Zur Erklärung Das war gerade eine Szene Bei der mir alle Level weggenommen wurden Mensch Ich fühle mich ja so unterschiedlich zu vorher Das ist, weil die Bugs deine Daten gestohlen haben Du wirst sie nicht lange überleben Nimm dies und verschwinde Was ist das? Daten, die anfangs nicht im Tagebuch enthalten waren Ich habe sie auf meiner zweiten Partition gefunden Jemand muss sie später hinzugefügt haben Derjenige, der auch die Daten auf dich übertragen hat? Ich bin mir nicht sicher Es liegt an euch, die es herauszufinden Übrigens nochmal danke für den Glückwunsch Ich habe es gerade nicht sagen können wegen der Katze Und habe auch gerade vergessen, es danach nochmal zu sagen Das ist ziemlich leer hier Stimmt, eigentlich hast du recht Es liegt an euch, dies herauszufinden Dank dir sind alle Bugs da draußen beseitigt Löst ihr das Geheimnis dieser Extradaten Sollte das Tagebuch vollständig wiederhergestellt werden Das müsste McGee und die anderen nach Hause bringen Und was wird aus dir? Ich kümmere mich um die Bugs Ich ziehe sie mit in die Dunkelheit Danke, danke Sie werden euch nie mehr beherlegen Gehe solange ich noch die Kontrolle habe Die Bugs werden immer stärker Schnell, es bleibt dir nur noch wenig Zeit Riku Ein wenig Zeit bleibt also noch Ja, beeil dich Will heißen, ich habe auch noch etwas Zeit Um die eine Bugs zu beseitigen und dich zu retten Zora Denk bloß nicht dran Haha, eigentlich solltest du mich doch kennen Seit wann lasse ich Freunde in Not im Stich? Zora Oh, du hast recht Wenn du einen Entschluss gefasst hast Bring dich davon so schnell niemand ab Ganz genau Also, wie kann ich dir helfen? Erstmal musst du dir die Kraft zurückholen Die dir die Bugs geraubt haben Welche Kraft geraubt? Ich fühle mich ganz normal Durch solche Portale gelangst du In mein zentrales Datensystem Darin erstrecken sich Welten Die aus meinen Erinnerungen bestehen Suche sie nach deinen Daten ab Sie geben dir deine Kraft zurück Danach kannst du dich um die Bugs kümmern Hast du einen Bug ausgemerzt? Es sollte sich der Weg zur nächsten Welt öffnen Sei aber vorsichtig Das werde ich Das werde ich Apropos Statuswerte Das werde ich mir sagen Dann in deinem Helle Ja, Jaime Das werde ich mich ажend Bis zum nächsten Mal Tschüss Was ist ein Geh Ja Es kann Was ist Das Know Out Joining рад Okay, mehr Chips habe ich nicht. Das ist was, dort kann ich nicht freischalten. Ich habe mittlerweile so viele neue, ich renne nur noch mit Herzensbrecher rum. Nein, das wollte ich nicht. Genau, so, bei Heroes weiß ich noch nicht, was ich auf Max kriege, okay. Auto-Kontakt klingt verdammt gut. Ich nehme mal Memoir. Ah ja, genau, ich kann mein Deck endlich umarbeiten. Scheiß auf diese Heiltränke, wer braucht Heiltränke? Okay, pisst euch. So. Habe ich schon... Ich habe Magnet noch nicht auf verbesserte Wert. Tornado Stufe 11. Tornado hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Leveln wir den noch... Verdammt. Leveln wir den noch ein bisschen. So. Stufe 1. Die roten Dinger heißen wohl, dass es meine Werte sind nach der Rücksetzung oder wie. Tornado Stufe 11. Naja. Ich weiß nicht mehr, ob Attacke, Magie, Abwehr und Lebenspunkte wirklich sonderlich sich verändert haben. Das werden wir ja sehen, wenn ich jetzt mehr als 0% habe. Oh, hier ist ein Speichersprung, das heißt, ich kann mal wieder ein Sales-Net setzen. Ich möchte ja nach wie vor meinen alten Speicherstand nicht überschreiben. Weil ich nicht nochmal Bock auf das Ballon-Mini-Spiel habe. So. Bis später dann, Riku. Ja, die Steuerung wäre ganz nützlich einzustellen. Pass auf dich auf, Sora. Kannst dich auf mich verlassen. Wow, der Bug hat schon die ganze Insel befallen. Erstmal brauche ich aber meine Kraft zurück. Der Bug kann noch etwas warten. Werde stärker und suche den Bug. 3% Yay. Hat sich da jetzt irgendwas geändert? Nein. Doch, ich habe einen Lebenspunkt mehr. Mensch. Mensch. Das war's für heute. Aber ich sehe, dass meine Liebenspunkte hier tatsächlich nicht auf dem Maximalpunkt sind. Magnet ist so nützlich. Was ich jetzt nochmal Kniegar hätte. Guck mal, hier ist der andere Brüsselblock. Gut, dass ich überhaupt nicht getroffen habe, gefühlt. Yay, nochmal 3%. Das ist so nützlich. Das ist so nützlich. Das ist so nützlich. Das ist so nützlich. Oh, das ist so nützlich. 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 Ich zeige meine Werte zumindest auf Maximal. Das sind 6 Lebenspunkte. 3 Attacke. 4 Magie, 3 Abwehr und 1 Glück, habe ich das dazu gekriegt, okay 4 ist es nicht so ich spüre eine starke Energie die Quelle des sie könnte die Quelle des Bugs sein, Sora ja Zugang zum Systemkern 2 Ebenen Heilkommandos verboten mhm ja, unter 1. Ebene kann ich das ruhig machen was gibt es denn hier als Belohnung mindestens 3 Chips was schon mal echt geil ist mhm dann gucken wir mal ich starte natürlich direkt in einer der größten Räume ich mag meine beiden Kommandos Magnera und Tornado sind beide ziemlich nice muss ich schon sagen gefällt mir ich meine von Magnet habe ich sowieso gutes erwartet nachdem ich schon die letzten Male immer relativ positiv davon ach du scheiße ein Schattenquasar ernsthaft naja gut das ist nur ein unsichtbarer okay Was hat mich verletzt? Was hat mich vor allem so stark verletzt? Ich darf keine Heilkommandos benutzen. Das heißt Heilung, einzig Urlaubblöcke. Gegner. Und Blocken. Ich kann mich auch mit Blocken heilen. Wo habe ich jetzt alles schon in dem Raum erledigt? Ja. Gut, dann gehen wir erst in den kleinen Raum. Kleine Räume sind schlimm. Oh ja. Bekki, ja. Müssen wir es halt so machen. Sicher ist sicher. Schattenkarsare sind halt absolute Mistviecher. Völlig unberechenbare Attacken. So. Hinten ist ein Sternblock. Oh verdammt, das ging jetzt schon tief runter. Okay, wenn es nur ihr seid. Okay. Sonst noch irgendwas? Ne. Da scheint der kleine Raum gewesen zu sein. Gut. Dann geht's geradezu. Ah, okay, es ist so ein Raum. Hä, wieso erhalte ich eigentlich Schaden, wenn ich schlage? So verstehe ich irgendwie nicht. Wenn ich Gegner schlage, erhalte ich Schaden. Jetzt nicht. Ist das ein Effekt von einem höheren Level von der Plavion? Wenn ja, was ist das für ein bescheuerter Effekt? Vor allem in einer No-Hear-Change. Er erhöht den Schaden von Angriff und Ingriffskommandos verbraucht aber mit jedem Schlag LP. Es ist tatsächlich eine Fähigkeit von Oblivion. Willst du mich verarschen? Verwandle deine Normaleingriffe in konzentrierter wuchtigen Schlag. Dickes Fell. Deine Angriffskommande werden nicht unterbrochen, wenn du Schaden erleiderst. Verringert. 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 Erlittenen Schaden. Immens. Okay. Ver... Geschlechtert Gegner fort, wenn du ihre Angriffe blockst. Hm. Na ja, probieren wir das. Warum hat Memoir so einen beschissenen Nebeneffekt? Oh Gott. Äh. Meine Fresse, es schlägt aber auch langsam zu, dieses Hier aus. Ich meine, es scheint ziemliche Wucht zu sein. zu haben bei den Angriffen, aber es wirkt halt so, als würde ich die Gegner in Zeitlupe bekämpfen. Könnt euch mal schön verpissen. So. Tschüss. Ich kann jetzt eh nicht mehr hoch, muss warten, bis mein Tonnen-Effekt weg ist. Ich kann jetzt. Meine Fresse. Okay. Sollten aber alle Gegner dieses Gebiets gewesen sein. Ich weiß nicht, bei Heroes gefällt mir irgendwie geschlaggeschwindigkeit überhaupt nicht. Okay, bis jetzt ist der Eliminator noch nicht erschienen, das ist gut. Okay, dieser Punkt ist sicher. Gut. Tschüss. Okay, das ist ein Defender. Er ist natürlich vom Magnet nicht beeindruckt. Aua. Hmm. Hmmmm... Zwei Gegner müssen hier noch sein. Oh Gott. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Okay. Nochmal so. Ja, ne. Der Defender. Gut. Natürlich im weitesten entfernten Raum, damit ich auf dem Schild noch zweimal eventuell einen Eliminator treffen kann. Okay, ich hab Glück gehabt. Gut. So. Heilungsverbotenebene geschafft. Ah. Ne Zemos-Kette. Aktiviert Takt-Schutz. Schützt die Taktleiste, wenn du Schaden erleidest. Klappfächer. Für Abkühlung in allen Lebenslagen könnte Selfie gehören. Aha. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit diesen Items auf sich hatte. Maximal 14 Treffer einstecken. Ist aber auch nur ein Gegner. Okay, gut. Ist es die Schlange? Ist die Blockschlange, oder? Ja. Ist die Blockschlange. Ist die Blockschlange. Super. Geht ja toll los. Alter. Oh, ey. Eheh. Baja. Eheh. All in. An ini welches EB-92 tegas. Jus welches EB-54? No. Oh my. Angela! Ah! Nein! Ich krieg ne Macke. Mit den 14 Treffen kann ich, glaube ich, jetzt schon abschminken. Wow. Das war ein massiver Schaden. Ich hab's geschafft, die D4 zu treffen. Ja, Mensch. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber bei dem kritischen Schaden oder was auch immer das war, den ich gemacht hab. Puh, nice. Ich kämpfe gegen die Manifestation von Kryptowährungen. Eine Blockschlange. Ja. Ja. Absolut. Absolut. Und meine drei Chips, die ich unbedingt möchte. Und ich hab immer noch genug, um Trippelsäule komplett zu kaufen und Erdschluss auch noch ein bisschen. Und Taler zu verdienen. Und Taler zu verdienen. Gut. Erste Welt geschafft. Riku. Ja. 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 Ich wollte, dass du den Umgang mit dem Schlüsselschwert lernst. Und die Regeln der Datenwelt. Du wusstest, dass mich hinter dem Schlüsselloch dieser riesige Gegner erwarten würde? Ja. Ja. Tut mir leid, Sucher. Für Aufwärmübungen war keine Zeit. Im Tagebuch hatten die Herzlosen die Welle zwischen den Welten bereits zum Einstürzen gebracht. Und nun begann auch der Wall zwischen der Datenwelt und der Realität unter den Bugs zu bröckeln. Ich habe das zu meinem Vorteil genutzt. Und mit Gier und die anderen rüber geholt. Um den Eintrag im Tagebuch zu entschlüsseln. Dem Ziel sind wir aber noch keinen Schritt näher. Ich hätte sie da nicht einfach so reinziehen dürfen. Ach, das macht doch nichts. Wir müssen sie nur wieder nach Hause kriegen. Zurück an die Arbeit. Okay, folge mir. Einböckerste beseitigt, der Weg zur nächsten Welt ist und frei. So. Die nächste Welt ist nun zugänglich. Denk daran. Erst deine Kräfte, dann der Bug. Ich mache mich dann auf den Weg. Zur nächsten Welt. Die Bugs verbreiten sich schneller, als ich dachte. Sei vorsichtig. Hör dich. Hm, die steht reverse. Sora. Rico. Die Ursache des Bugs ist diesmal vielleicht besser versteckt. Geht klar. Ja. 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 Okay, das Problem ist natürlich jetzt, dass die Welten immer schwieriger werden, wenn man davon ausgeht, dass ich natürlich hochlevele. Bloß mein Level wird sich nicht verändern, egal wie viele Welten ich abschließe. Okay, da oben komme ich irgendwie noch nicht hin, ich muss glaube ich auf die Plattform da warten. Okay. 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 Ja, ja, ja. Das war nicht so geplant. Könntest du mich mal für den Moment in Ruhe lassen, blöder Blockpack? Jetzt ist aber lange genug hier. Das Überspringen von Spor-Spot kriege ich nicht mehr hin, aber den Mock-Ball habe ich auch auf dem ersten Versuch wieder geschafft. Wenn ich den einmal kann, kann man halt einfach... ...Attacke plus 3, oh, nice. Ach, stimmt, ich habe jetzt auch einige mehr. Ähm, genau, dann möchte ich die Resistenz rauspacken gegen Attacke plus 3. Und dann pack mal die Resistenz hier rein. Da habe ich einen neuen Accessoire-Slot. Gut. So, und ich denke mal, ich kriege dann als nächstes die Verbindung hier. Das heißt, ich mache hier schon mal Lebenspunkte rein. Analyse. Analyse. Toll. Ob ich die nicht ohnehin schon... Medica. Medica kann ich zum Magniga entwickeln. Was macht Medica? Medica. Halt alle negativen Zustandsveränderungen brauche ich nicht wirklich. Dann mache ich das Ding zum Magniga. So. 68 HP habe ich mittlerweile. 35 Attacke, 34 Magie. Okay. Es gibt offensichtlich mehrere Wege, ja. So. Okay, wenn ich das richtig verstehe, dann ist hier oben erstmal fertig. Das heißt, ich sollte mal da auch hinten hingucken. Hier ist was. Oh Gott, nein. Ich habe völlig vergessen, wie schlimm die sind. Und alles von vorne. Ja. Das ist mal. Andall. Ja. 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 So. So. Tuckab das 3 haben wir. So. Da komm ich nicht rein. Hier war sonst erstmal nichts. Okay. Okay. So. So. Mach mal die Statusmatrix fix. So. 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 Was haben wir denn da? Aktiviert Fokusplatten. So. 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 35, 44 Toll Super, Eter Also hier ist dieser Block Okay Da hinten ist auch noch einer Ach du Scheiße Hallo Ich bin nicht hier So Okay Da hinten ist ein Block Tschüss Wie viele denn noch von euch? Elend Musisch Viechern Ah Din 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 Toll Mann! Geht doch. So. Das war ja nötig. So. Du kannst runter. So. Ist hier noch ein Block? Ich komme sowieso eh nicht hierher Aha, Traverse-Nord So, den Block habe ich jetzt da runtergeschmissen Okay, schön, dass ihr jetzt so zwei andere Blöcke seid Da habe ich überhaupt nichts dagegen Gegen euch habe ich was? Auf Wiedersehen Mit dieser Tür stimmt auch etwas nicht Aha Okay Wir sind also so verbunden Na gut, dann gehen wir halt wieder Richtung Traverse-Mitte Diese Schadenspacks machen mir ernsthaft Sorgen Diese Schadenspacks haben doch den Schaden, ey Schön Ha, den verstehe ich Ah, ja Da muss ich auch irgendwann mal einen dummen Spruch wieder rauslassen So Lebenspunkte plus sechs hätte ich ganz gerne verdoppelt Ist das hier noch Eisresistenz plus eins Aha Müsste ich eigentlich mal das hier Oder die beiden Ah, okay So Gut Hier ist der Systemkern Hier liegt die Ursache des Bugs In Trivers Ey, du hast schon wieder 44k Ich bin noch nicht mit meinem letzten Ding fertig Fünf Gegner elektrisieren Okay, probieren wir es aus Höh Wie ist das mal Kni-Ra rausgekommen? Das hätte doch mal Kni-Ra rauskommen sollen Na gut Äh, so So Ah, Blitzjäger Damit hast du gerade mit Primark abonniert Oder so Bis jetzt schätze ich das noch nicht aktualisiert Okay Bis jetzt schätze ich das irgendwie bei mir noch nicht aktualisiert zu haben Dass das angezeigt wurde Ach doch jetzt Ah, siehst du Funktioniert doch Hat das ein bisschen dauert Okay Und das hat auch mein Command funktioniert Äh, mein, 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 äh Notification So Dann gucken wir doch mal Ob ich die Gegner elektrisieren kann Danke Das hat geklappt Wunderbar Mir gefällt das Das ist gerade so gut Klappt mit dem elektrisieren Dann ist die Herausforderung schnell erledigt Oh, das ist schon das dritte Mal Das nächste Mal wird nicht zählen Weil er stirbt Ja Eigentlich würde ich ganz gerne trotzdem Oblivion leveln Solange ich mich heilen darf Sollte es ja eigentlich passen Super Hast du getroffen Ich muss eh noch mal kurz AFK Ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Leuchtfunke im Wasserbereich von Windstar hat auch auf das erste Mal geklappt und nichts davon ist dokumentiert. Wäre ich in einer Übertragung, würde ich an jedem Fall von wahrscheinlich eine halbe Stunde sitzen. Ja, äh, meinst du den, meinst du den am Anfang, wo du nach oben musst oder den Schrägen? Der Schräge ist ja schließlich einfach, also ich gehe mal vom Ersten aus. Okay, das ist also Magnega in dem Spiel. Okay. So, Eisinfekt. Können Gegner einfrieren lassen? Uh. Interessant. Werro statt 2 Schneider, dann. Ich meine, der Autokonto ist jetzt nicht zwingend notwendig. Und Eisinfekt klingt verdammt gut. Klingt sehr mächtig gerade auf dem Level 1 fahren. So, ähm. Okay. Direkt Schadensblöcke entfernen. Das ist noch einer. Natürlich. Ja, genau. Noch beschissener ging's nicht. Eine Ardo-Wampe. Wir sind Zipfler. Aua. Nein, lass mich in Ruhe. So. Machen wir es jetzt? Kann ich mich um die Ardo-Wampe? Wow. Das war mir zu knapp. Äh, du, 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 du. Okay. Ich nehme mal an, du bist Magnet immun. Ja, natürlich. Zu schwer für Magnet. Ja. Warte mal. Powerbomb unter der Statue. Wo, du, du, ich muss... Ach, ein Wasserbarrik von Prinster. Ah. Ich war jetzt irgendwie auf mir Radio. aber ist es nicht ein easy scheint da muss man doch eigentlich nur gerade auslaufen oder bist du oder hast du keinen quality ist gut hast du das ohne qualität gemacht wenn ja bin ich wusste ich nicht mehr dass das geht und So Okay, krass Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist Also ganz ehrlich Ach ja, okay Hier ist die Auto-Wampe So Die wäre auch erledigt Nö, noch eine Okay, Tornado ist ganz gut gegen die Sehr schön Es ist immer noch ein Gegner hier irgendwo in diesem Raum Von den Glitch-Gegnern Ich glaube, den unteren Bereich Sollte ich jetzt gecleared haben Okay, fangen wir mit der Leiter hier an Da haben wir ja unseren Glitch-Gegner Das wollte ich nicht Ach, verdammt Scheiße, nochmal Gut Hier auch noch was Ja Gut Hier ist clear Hier scheinbar auch Obwohl ich mich nicht daran erinnern kann, das hier gecleared zu haben Naja gut Ja Ja, ist das diese scheiß Schadensblöcke So, okay Der Raum ist jetzt auf jeden Fall sauber Gut Das ist seltsch Äh, ja Mensch, wieso schreiben nicht gerade so viele Leute auf Disco dann So Okay Scheiß Magnetraum hier Wo fange ich an Offensichtlich unten Scheiße Ich dachte, der wäre zu weit weg Ich dachte, der wäre zu weit weg Das sind mir zu viele von euch Na cool, ich habe den Eiseffekt gehabt Nice Ah Das ist natürlich jetzt ein bisschen Einzigartig Oh Gott Nein Lass mich in Ruhe Okay Wow Okay Ist jetzt hier unten langsam clear Ja Ja Gut Ich denke mal die Frage geht an dich So Es sind noch die beiden Räume Also Plattformen Nicht Räume Okay im oberen Bereich scheint echt Gar kein Gegner zu sein Praktisch So Das heißt Es fehlt nur noch ein Klitschgegner Und der ist im letzten Raum Gruseligen Drecksblöcke Das ist eigentlich mein Status momentan 40, 38, 36, 3 Und 80 Lebenspunkte Okay Ja Ja Du Ja Ja So. Okay. Das ist nichts. Äh. Schon wieder du. Frier ein. Genau. Ich liebe diesen Ice-Effekt. Hat sich gelohnt, oblivieren weiter zu leveln. Der Ausgang ist sogar direkt hier. Perfekt. Hier sind noch zwei Ebenen. Ob der jetzt wieder so ein Boss-Kampf wird. So. Was gibt's denn noch? R-Debugger. Klingt gut. Abwehr plus zwei. Glückspilzfeuer vier. Okay. Okay. Das sind auf jeden Fall drei Chips mal wieder. Fünf Gegner mit Abschlusskommando besiegen. Achtung. Ehh. 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 I guess. Was? Soll ich direkt anfangen damit, ne? G-Einn. 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 Das hat nicht gezählt. Hä? War das nicht gemeint mit Abschlusskommando? Hä? Was meinen die denn mit Abschlusskommando, wenn nicht das? Also es ist nicht... Sie meinen doch nicht das, hä? Ich habe jetzt meine Punkte verschwendet, weil ich nicht verstehe, was sie meinen, oder was? Also komm, es ist mein Abschlusskommando. Was wollt ihr? Ich habe jetzt zwei Gegner mindestens damit besiegt. Ich habe es mit Abschluss-Kombo besiegt. Ich habe es mit... Hä? Ich habe es mit einem Abschlussangriff, ich habe es mit einem Kommando und ich habe es mit dem Taktabschluss besiegt jeweils einen. Und ich habe nicht einen einzigen Punkt gekriegt. Was zum Fick? Oder sollte ich fünf Gegner auf einmal... Nee, oder? Das kann ich euer Ernst sein. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das kannst du vergessen. Wenn das wirklich die Bedingung ist, dann fick dich. Dann kann ich diese Bedingung nicht erfüllen. Wenn die Bedingung was anderes ist, verstehe ich sie nicht. Ja, hier hat die Punkte verschwindet. Ja, das war's für heute. 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 Okay. Huh. Eat. Ich hab's hier irgendwie schon erreicht Jetzt auch noch den letzten erreiche Warte, noch eine, oder? Ne, jetzt sogar zwei Drei Keine Ahnung, dann geh ich da hin, kommen sie Okay, ich hab einen Eis-Infekt Ich jetzt auf den Klitschgegner treffen würde, wäre ideal Hi Da ist noch mehr Oh oh Lass ich raus Oh 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. 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 Dann gehen wir mal zum Ausgang von diesem Raum. Und dann haben wir noch zwei Phones. Okay. 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 Wir sind wieder in dieser Sorte Raum. Okay. Okay. Wir sind drei Stück. Okay. 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 Den Defender kann ich besiegen. Seriosly? Okay. 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 Das hat nicht als Abschlussangriff gezählt. Also ich habe keinen klassen Schimmer, was die meinen. Oder Abschlusskommando. Ja. Das ist jetzt. Ja. 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 ja ja so das wird doof ok damit habe ich die Ebene geschafft jetzt muss ich nur noch entkommen ohne dass mich der Eliminator erwischt ich habe relativ viele Räume gemacht nach dem Abschluss von der Ebene es kann durchaus sein dass er jetzt jeden Moment auftaucht wo war ich nochmal der Weg nach oben äh hier aha na dann los bewegt dich ich hatte eigentlich gedacht dass ich dich in der achso du bewegst dich in die andere Richtung äh äh Das war's, war's. Okay, kein Eliminator, das ist gut. Würde ich jetzt von diesem Block aus hier rankommen? Nicht wirklich. Moment, ich habe noch eine andere Option, an die ich mir gar nicht gedacht habe. Ich habe noch eine andere Option, an die ich mir gar nicht gedacht habe. Wie erreiche ich die anderen? Und dann? Okay. Oh ja, so geht das. Okay. Nein! Oh, ich bin doch so doof. Ich habe mich zu weit nach vorne bewegt. Also nochmal. Wenn ich schon Punkte ausgegeben habe umsonst, dann möchte ich ganz gerne wenigstens versuchen. Alle Punkte, die ich sonst noch kriegen kann. Die da drüben müsste ich eigentlich schon geholt haben. Ja, die habe ich schon geholt. Gut. Na dann. Beenden wir Ebene Nummer 2. Leider mit unerfüllten Herausforderungen. So. Maximal neun verfehlte Angriffe. Das ist schon wieder so ein Bosskampf, ne? Ah, ein Abschluss. Drücke die Knämpfe hier auf die Zeige. Hm. Keine Ahnung, wofür ich das hier brauche. Das kostet zu viel alles. Sogar die normalen Dinger. Scheiße. Okay. Let's go. Okay. Ich will nicht, ich will nicht mit dem Ding hier arbeiten. Ähm. Wenn ich jetzt eh nicht verfehlen darf, wie wäre es dann mit dem Blitzjäger? Der war doch ganz gut. Okay. 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 Ich meine, solange ich nicht angreife, müsste das doch eigentlich passen, oder? Ja, komm mal. Kommandos zählen nicht als Eingriffe. Perfekt. Ich muss mich halt nur auf Kommandos verlassen. Gah, mein Vitra ist nicht durchgekommen. Scheiße. Scheiße. Scheiße, das war ein zweiter verfehlter Angriff Oh, das sollte es gewesen sein Uh, okay Also ich habe jetzt An die 2000 gesetzt Und das ist mal 5, also ich kriege 10.000 Extra, 13.000 Ca 15.000 sogar, okay So, wichtig sind erstmal Die Dinger hier Und jetzt kann ich mich nur entscheiden Zwischen Bauchgurt und Zielkreisel Da das ein Kommando ist Ich nicht weiß, dass ich mit dem Bauchgurt anfangen soll Mach ich das hier, Kreise So Sollte ich den Bauchgurt irgendwie brauchen? Ich glaube nicht Dann muss ich halt noch den Systemkern machen Wegen 3600 Punkten oder so Äh, 3000 Punkten Glückwunsch der Bug ist hier Hier ist ebenfalls Geschichte Riku Danke Sora Erinnert mich daran, wie ich hier den Drillingen geholfen habe Meinst du Tick, Trick und Track? Ja genau Die drei hatten Fragmente des Schlüssellochs gefunden Das machte sie zu Zielen der Herzlosen Jemand musste auf sie aufpassen Wieso hast du mir das nicht einfach erzählt? Als wir uns hier getroffen haben Weil ich wollte, dass du dich da alleine durchboxt Um stark genug für deine wichtige Aufgabe zu werden Im Notfall hätte ich alleine gekämpft Riku Du solltest dir abgewöhnen Immer alles alleine zu schultern In der Tat Und außerdem Äh, wie sagten Donald und Goofy doch so schön Dein Schlamassel lasse ich mir gerne einbrocken Sora Also hör bitte endlich auf Mit deinen ständigen Alleingängen Du hast ja recht Das tut mir leid Das braucht es nicht Komm, wir haben noch was vor Die nächste Welt wartet So Okay Ja Kann ich verstehen In welcher Welt das nächste Portal beführt Also Ich weiß es nicht Bestimmt ist es nicht Wunderland Es würde mich voll überraschen Wenn es jetzt Wunderland ist Danke Sora Ach, da nicht für Wir sind doch Freunde Also ich mach mich dann mal auf den Weg Oh scheiße, es ist Wunderland Das hätte ich niemals erwartet Hm, im Wunderland habe ich Alice getroffen Ob der Bug hier auch den Aufbau verändert hat Ich sollte meine Augen offen halten Ja, dann mach halt eine Pause Ach ja, stimmt Die Dinger explodieren ja Ach, komm mal Ach, komm mal So Erstmal wieder das Kommando wechseln Tornado Erstmal muss ich nicht mal wieder Magnega drinnen haben So Und hier kann ich dann Tornado rein So So Oh Dich möchte ich haben Ah, verdammt Oh, die spawnen noch nicht Okay Okay Mhm Oh Gott Ach ja, stimmt Die Metallbugs Oh, die gab es ja auch noch Oh, nein Hier wird es richtig ekelhaft So Wo ist denn jetzt der andere Irgendwo da hinten Hm Hm Okay, mit euch komme ich klar. Die Targa, okay. Wow, ich habe jetzt schon meine vollen Prozente. So, der andere Puzzle-Block ist da hinten. Ah. Verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch. Ich sagte, verpisst euch. Oh, Gottes Willen. Was nur für Geld? Okay, da ist der Eingang. Oh mein Gott. Schön, dass ich jetzt weiß, wo der Eingang ist, aber ich will eigentlich nur das Ding da hinten haben. Oh ja, das hat sich gelohnt. So, jetzt noch da oben. Oben sind noch zwei. Scheiße. Lass mich hoch. So, irgendwie da hoch. Okay. Äh. Nein. Verpisst dich. Äh. Oh nein. Äh. Okay. Ich gehe erstmal hier raus. Okay. Äh. Kommando Matrix. Ich möchte... ...den Tornado doch wieder erstmal ersetzen. Gegen Hitzelhoff. Bis 20 Uhr. Also bis kurz vor 20 Uhr. Oh, natürlich. Natürlich. Meine Fresse. Du dreckige Scheißvieh, ey. Nee. Okay. Was tust du denn? Was tust du denn? Du dreckige Scheißvieh, ey. Ja, ich weiß. Ich gehe mal oder? Ich gehe mal oder? Ja. Ja. Ich komme auf diese Weise nicht da hoch. Ich komme auf diese Weise nicht da hoch. Ich komme auf diese Weise nicht da hoch. So, ich muss da hinten hin, einmal. Okay, Glitzka. Als ob ihr schon wieder da seid. Ich komme auf diese Weise nicht da hoch. Okay. Yay, Stufenchippe erhalten. Bin wohl schon immer haben. Endlich habe ich ihn. Endlich kann ich aufleveln. Ah, es wird Nasslock, alles klar. Hardcore Nasslock, okay. Ich hoffe, von hier aus komme ich da rüber. Der Weg sieht recht weit aus. Es hat getroffen, aber es hat nur getroffen. Im Idealfall sollte ich zwei von den Kommandos haben. Wo muss ich jetzt aber schon wieder gehen. Okay, muss ich zum Glück nicht. Könnt ihr die langsam mal bitte aufgeben? Ich stelle mal kniege. Elektrolauf. Okay, das hat sich auf jeden Fall gewöhnt. So. 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 Dann gucke ich vielleicht bei der Spirit Nasslock halbwegs zu. Nachher. Als nächstes würde ich einfach nur durchlaufen. Die Items hier habe ich alle gelootet. Und das führt mich jetzt dahin. Das heißt, genau. So. Von dem Eingang war ich schon. Wo bringt mich der Eingang hin? Aha. Okay. Aber wenn ich das richtig sehe, führen alle Eingänge hier hin. Okay. Also die letzte auch. Die letzte müsste mich dann links, rechts unten auf der Karte, oder? Oder links oben auf der Karte, ja. Doch, links oben. Okay. Gut. In dem Fall kann ich in den Systemkern gehen. Alles ignorieren und rein da. Hier liegt Ursache des Bugs. Okay. So. Welche maximal sieben Treffer einstecken auf drei Ebenen? Holy Money. Na gut. Probieren wir. Es ist schließlich die erste Runde. Da kann ich mal sterben. So viel ich möchte. Mit Magnet sollte ich das hoffentlich hinkriegen. Äh. Oh Gott, nein. Schadensbugs. Das ist eine böse Gegnersorte für diese Challenge. Uh-huh. Okay. Der Schadensbugs ist auch hinter der Tür. Gut. Okay. Bei alles weitere muss ich jetzt, äh, nach oben klettern. Oder? Ist hier noch was? Ne, hier ist nur die Leiter. Müll. Okay. Uäh. Okay. Ganz, ganz. So, also wenn ich hier ohne Treffer durch muss, muss ich ein anderes Kommando als Tornado reinnehmen. Irgendwas, was gut trifft und Schaden macht. Hm. Ich weiß nicht, wie gut Blitzgar ist. Ich probiere einfach mal Blitzgar. Jedenfalls nehme ich halt wieder Blitzjäger. Auch wenn es lange dauert. Aber gegen Schadensbugs ist das die einzige Option, die ich habe. Also, es ist einfach nur lächerlich. Ah, es hat zumindest einen gewoneshottet. Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Vielleicht soll ich Blitzgar auch ein bisschen leveln. Nichts. Du äh! Willst du mich verarschen? Dass der hier hochgekommen ist, oder was? Am Arsch! Ja! Ja! Was erlauben? Die sich hier einfach mal... Das hat gefühlt gar nicht getroffen. Toll. Wie gesagt, gar nicht getroffen. Einen Schaden schon kassiert und das bloß, weil die Drecksviecher einfach... ...in den Moonjump haben, ey. Natürlich habt ihr mich jetzt schon wieder getroffen. Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Oh... Ey, ich sag mal was. Drei Treffer. Drei Treffer. Ich muss wirklich hundertprozentig sicher hier spielen. Das geht gar nicht. So, endlich. Ist das ein Metallblock? Sieht eigentlich so aus. Ja, ist es. Ich wünschte echt, dass Magnega schon die Schnellladung hätte. Ja, ich wünschte. Jetzt sind wir noch nicht aufgeladen. Ja, ich wünschte. Ja, ich wünschte. Gut. Ja, ich wünschte. Ja, ich wünschte. Mhm. Okay, das ist ja der Bereich, wo ich hochgekommen bin. So, hier unten müsste auf jeden Fall noch einer sein. Oh nein. Weg hier. Ja. Mhm. 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 Hat aber noch nicht gereicht. Verdammt. So. So. Hier ist jetzt auch clear. Gut. Wenn das diese erste Ickelebene erledigt, bleiben ja nur noch zwei. Erzähl mir, dass das exakt gleich... Äh, naja, es ist nicht exakt das gleiche Ding, aber es ist auch ein ekel Ding. Gut. Der Schattenleuch ist hinter der Wand. Gut, die Blöcke kann ich auch so zerstören. Das ist schon mal gut. Hm. Trifft nicht. Wenn ich jetzt eigentlich auf der anderen Seite der Wand, ich glaube schon. Ich hoffe, es ist nichts hinter mir. Mhm. Und hier bin ich safe. Dachte er und musste jetzt feststellen, dass ein Schadenspack in der Klitsch-Version da hinten ist. Oh Gott. Ich bin auch noch ganz schneller. Okay, der ist hinter der Wand. Jetzt geht nur über mich. Okay. Ich habe nicht getroffen. Ich habe bestimmt vier von diesen Schaden. Schadenspacks. Das hat getroffen. Oh, das hat so wenig Schaden gemacht, Mann. Ah, das kann dauern. Ich habe einen Heiden Respekt vor Klitsch-Schadenspacks. Also, beziehungsweise vor Schadenspacks allgemein, aber... Verklitsch sind sie halt vor allem in der gelben Version, die halt noch deutlich schlimmer. Ja. 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 Ich glaube, ich probiere mal was anderes. Blitzka ist zwar schön und gut, aber Blitzka erfordert jedes Mal, dass ich sehr nah rangehe. Ich schlöter eine Serie schneller Feuerwehr durch die Brot schlöter. Ich probiere mal die Treppe selber. Mit etwas Glück verfolgen die Feuerwehr. Mit etwas Glück verfolgen die Feuerwehr. Das hat auf jeden Fall schon mal für das gereicht. So kann ich zwar nur einzelne Gegner besiegen, aber... Mach ich in der Fresse, soll mir sowas von egal sein. Okay, das ist ein Metall-Bug. Das ging nicht. Ja. Hm. Es geht zumindest so weit, bis ich nicht mehr treffe. Hm. So. So. Den könnte ich eigentlich normalerweise, äh, zumindest normal angreifen. Hm. So lange am Magnet sitzt. Mehr als eine Kompos traue ich mich aber nicht. Ich hätte vielleicht zwei Kompos sein können. Naja. Hm. 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 Lass mich raten. Ja. Eine Klitsch-Version. Natürlich. Was auch sonst. Hm. 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 � Ich hab trotzdem verfehlt. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht hab. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht hab. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht hab. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht hab. Wie kann man denn diesen Gegner verfehlen auf diese Entfernung? Ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht hab. Okay. Gut, die Klitschgegner sind schon mal weg. Das heißt aber noch lange nicht, dass es vorbei ist. Was, Sandcoin? Was ist denn Sandcoin? Ich weiß auch nicht. Für welches Spiel öffnet... Achso, bei Dingens, bei... Musik-Quest oder was? Okay. Okay, es geht nicht auf diese Seite. Hm? Gut. Wie bewegst du dich? Gut. Wie bewegst du dich? Gut. Wie bewegst du dich? Gut. 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 Enten ist noch einer von denen, okay. So, wie bewegst du dich? Gut. Ja, den wäre erledigt. Gut. 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 Eieieiei, Menschenskinder. Das ist eine anstrengende Geschichte hier. So. Der Ausgang ist in dieser Richtung. Hoffentlich kommen hier nie noch Gegner auf den Boden. Ne. Gut. Letzter Raum. Okay, ich glaube, der Raum ist nicht ganz so schlimm. Äh, süße. Mhm. Nicht ganz so schlimm. Ich merke, wie er nicht ganz so schlimm ist. Zwei Schadenspacks. Meine Fresse. Oh. Okay. 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 Gut, einer weg. Der andere sollte beim nächsten Feuerjäger eh sterben. Gut. 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 Okay. Doch, da ist noch einer. Aber habt ihr nicht langsam mal genug? Wie viele von eure Schadensbugs wolltet ihr hier reinpacken? In Square Enix nur so, ja. Könntest du bitte ein bisschen Brandschaden noch erhalten, bevor du die spawnst? So. So. Hier waren die Schatten durch. Das heißt, diese Säule ist jetzt drumherum gecleart. Natürlich mehr Schadensbugs. Wir haben ja keine anderen Gegner mehr. Boa. 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 Boah, er ist Drei Meter bewegt Schon wieder ein neuer Menschenskinder Habt das bald mal Wie viele brauchen wir denn Davon noch jetzt hier Ich will Ich will mein Deck nicht umarbeiten Ich hab Das Gefühl es wäre vielleicht besser Wenn ich einfach jetzt Zwei Folger oder so reinpacken würde Aber am Ende kommt dann irgendeine Situation Wo ich mal Knicker brauche Und dann hat sich die Sache auch schon erledigt Gut Oh meine Fresse Dieses Drecksbubble Ding Na gut Das ist der letzte Raum Ich hab glaube ich noch zwei oder drei Treffer Das ist ein Accessoire Relativ starkes Was du normalerweise schmieden musst Gut So Wo kommt der nächste Hier Oh ja Ihr seid ja witzig Ja Ja die Werte sind zufällig Allerdings gibt es eine Minimal-Maximal-Range So Das war einer von zwei Schadensbugs Metallbug Metallbug ist mir eigentlich sowieso Egal Nur der scheiß Schadensbug Muss sterben Der Metallbug kann ich Im Praktikator locker erledigen Ja 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 Ich bin Und dann So, hier ist der Ausgang, nett. Ist hier noch irgendwas? Nein, gut. Ich muss jetzt noch die obere Etage durchchecken und dann bin ich mit der Ebene fertig. Ei, ei, ei. Ich komme so nicht hoch, ich brauche dieses bewegende Ding, ne? Wo ist es? Da. Es gibt sogar verdammt viel Loot hier oben. Ich würde mich wundern, wenn hier keine Gegner sind. Oh, momentan ist es ruhig. Okay. Tatsächlich keine Gegner hier oben. Cool. So, danke. Ebene verlassen. Ja, bitte. Okay, die Preise sind zumindest annehmbar. Einmal... Das kann ich doch wieder nicht. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Achso, ja, stimmt. Wir sind ja wieder in dem Kampf. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das abre касei. Ja, das ist gut. So, gut. Ja, es geht los. Gibt es hier keine Leiter zum hochklettern? Okay. 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 Ich komme nicht hoch. Okay. Ach, hä? Das war doch die Herausforderung? Aber, hä, ich verstehe es nicht. Das letzte Mal hat das nicht funktioniert. Oh Gott. Hätte ich wirklich fünf Gegner auf einen Schlag besiegen müssen, oder was? Ach, naja, gut. Ach, naja, gut. Ja, naja, gut. Ja, naja, gut. Das war's für heute. Okay. Ja, ich brauche das, das und das. Das hier hätte ich gerne. Den hätte ich gerne. Ich kann mir den tatsächlich noch leisten. Okay, gut. Ah. 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 Zora, es tut mir ja so leid. Hör endlich auf, dich zu entschuldigen. Kannst du das mir verdenken? Ich konnte nichts gegen die Bugs ausrichten. Immer wenn ich eine äußere Kraft beeinflusst, unterliege ich. Und sag mal, Rico. Wir haben schon eine ganze Menge Welten bereist, oder? Ja, und? Naja, ich meine, vor gar nicht langer Zeit hatten wir null Ahnung von all dem hier. Wir wussten nur eins, dass wir hinaus wollten. Doch mittlerweile haben wir eine Menge gesehen. Wir brauchen nicht länger rumzuträumen. Was uns erwarten könnte, wir wissen es. In unseren Erinnerungen erstreckt sich ein ganzes Universum. Ziemlich beeindruckend, oder? In der Tat. All diese Welten sind jetzt ein Teil von dir. Aber weißt du was? Du bist immer noch du. Welche Macht auch immer von dir Besitz ergreifen will, du unterliegst ihr bestimmt nicht. Es wird dich einfach nur stärker machen. So wie alles bislang. Sura. Gar nicht schlecht, was? Kleing ganz schön erwachsen, oder? Ja, für eine halbe Portion wie dich. Na warte, bald bin ich größer als du. Und dann... Ganz kaum erwarten. Du, Sura. Ja. Ach, reden wir in Ruhe darüber, wenn diese Sache ausgestanden ist. Ist gut, wenn wir hier raus sind, ja? Ja. Ob das die letzte Welt ist? Das bezweifle ich irgendwie, wenn... ...wir noch bei 80% dann sind. Hm. Es fehlt jetzt noch Agrabah, Hercules und technisch gesehen Holobästien. Bald kannst du wieder zurück. Mhm. Sieht nach Agrabah aus. Vielleicht überspringen wir Hercules quasi nicht mehr. Jetzt müsste eigentlich bald Schluss sein. Hoffentlich. Lange halte ich das nicht mehr aus. Keine Sorge, Riku. Überlast es mir. Grüße von meiner Freundin. Ja, Agrabah. Hm. Die Höhle von Agrabah. Ich sollte erstmal versuchen rauszukommen. Okay. Agrabah. Ab hier waren die Herzlosen schon so anstrengend, dass ich es nicht mehr bekämpfen wollte. Abwehr plus zwei. Abwehr plus zwei. Die Resistenzen habe ich jetzt alle erstmal weg, ne? Ja. Achso, ja. Damit schalte ich bloß dieses Ding frei. Die sind noch Abilities, die ich freischalten könnte. Die hier ist schnell freigeschaltet, also machen wir das mal kurz. Turnschuhe lernt. Lässt sich schneller laufen. Okay. Steh auf, mein Chiniland. Okay. Hm. Gibt es noch irgendwelche schnell erreichbaren? Der braucht vier. Der braucht auch vier. Aber hier könnte ich zumindest... Aber hier könnte ich zumindest... Zwei für den Preis von... Machen wir mal hier wieder vier rein. Gibt es noch eine weder... ב�蓋. ... Sätze ich nicht warum hat... O2- ... Vita brauche ich nicht, glaube ich, nicht extra, weil ich meine, es wird ja jetzt nicht so sonderlich viel stärker, meine Vita. Also, vielleicht schon, aber ich meine, es bringt es mir. Kombo-Plastung in der Hand, okay. Das müssten alle gewesen sein. Ja. So. Ich meine, Vita heilt mich eh immer voll, also... Passt doch schon. Ja, ich renne jetzt aber super schnell. Rutsch. Mal gucken, wo hier die Bugs wieder kommen. Oh, wow. Yes, geht los. Mir fällt gerade auf, dass ich noch immer Blitzkart drinne habe. Warum habe ich noch Blitzkart drinne? So, wegen dem Bosskampf, ne? Hm... Jetzt ist wieder ein Schadenspack dabei. Neuertmagnet. Ja. Gut, sie sind despawned. So, hier ist eine Sackgasse, wo nichts ist. Ja. Da ist was. Ah! Letzteres sind es drei. Okay. Noch eine, dann kann ich die nächste Abilte kriegen. Okay, diese Steine machen halt wirklich gefühlt keinen Schaden. Das war 72 von 80. 75 von 80. Das war klar. Könnt ihr euch mal verpissen gehen? Oh. Gut, sind weg. Äh, hier ist nichts. Nichts. Oh Gott. Nein! Ah! Fucking hell, ey. Es kann doch nicht wahr sein. Alles in vorne. Natürlich, mein ganzer Status mag ich direkt auch wieder zurücksetzt. Ich krieg ne Macke. Ich lenne es nicht. Es騙s. Genau. Papa. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Knet austauschen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Betäuber. Okay. Nope. Okay, das ist der Ausgang. Jetzt machen wir die Statusmatrix. So. Erstmal das Zeug, was ich reinpacken kann ohne Tauscherei. So. Das hier tauschen wir. So. 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 ist mit den letzten zwei prozent okay und dahinten sind noch zwei items triple selber okay ist okay ja ich habe mich zu viel bewegt ich musste hier runterfallen ja Danke, Tornadojäger, okay, klingt interessant, okay. Oh, ich hasse, ich bin ja ein richtiger Freund von diesen Blasenblücken. Die sind absolut überhaupt nicht nervig. Zum Glück gibt es die. Oh, hier muss ich den Bug von Akrabaffen stecken, ja. Zweimal ein Abschlusskommando ausführen. Ich meine, erste Runde. Ich meine, erste Runde. Ist okay, wie gesagt, erste Runde. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Damage Nein! Oh, nein! Oh, das kann doch wohl nicht euer Ernst sein! Nicht kurz vorm Ende! Ich hasse es so sehr, ne? Hmm... Hmm... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Meine Fresse, nein, 500 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. 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 Ich lasse dieses Scheißkampfgedöns hier. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Okay. 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 Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Gut, wir sind wieder bei jetzt über 20 Noch 8 Gegner durchhalten, dann schaffe ich es Untertitelung des ZDF, 2017 Sieben Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Hier Zwei Gegner, dann sind's weniger als die ständige, maximal zwei Ein Gegner Dann wird es einfacher So, das sollte jetzt Der letzte sein So, nochmal einmal Mega-Flare einfach bloß, was ich kann Gut, ja, endlich die Ebene erledigt Meine Fresse Oh Gott, das wird wieder sehr teuer Okay Ebenen 60 Sekunden verlassen Ach, du heilige Scheiße Äh Tja Drei Gegner Probieren wir es aus Neh, niemals Ist okay Okay, also dieser Systemkern wird mir fast nichts bringen Ich merke schon Weil hier muss ich langsam angehen Ich habe hier die erste Challenge für mich umsonst gemacht Ach so, ich habe noch an Worte Einer ist zwar fast tot, aber ich bin's auch mal wieder. Das sind halt auch noch diese nervigen grünen Versionen, die sich nicht kontrollieren lassen. Also die nicht zurückschrecken. Ja toll, ich muss die auch unbedingt angreifen, warum bin ich so doof? Ja. Das war's. Das war's. Ja, es ist mir klar, dass die Herausforderung gescheitert ist. Mensch, da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Zeit der Herausforderung mit Level 1 ist so eine Sache. Okay. Jetzt habe ich den Eis-Effekt noch. So, meine Punkte habe ich auch erfolgreich komplett runtergewirtschaftet. Damit hat sich die erste Ebene überhaupt nicht gelohnt. Letzte Ebene. 30 Bug-Blöcke zerstören. Na gut, mir aus. Das sollte bei dem Boss-Gegner eh kein Problem sein. Und dann... Das klingt ehrlich gesagt ziemlich cool. Windjäger. Okay. Rücken wir mal aus. Plus 10 Stufen. Nett. What's up? What's up? Oh, das sind zwei Gegner. So. So, das erklärt. So, das geht. So, das geht. So, das geht. So, das geht. Der Windjäger gefällt mir absolut. So, das geht. So, das geht. So, das geht. Das ist noch ein dritter. 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 Okay. Meine Fresse. Tschau. So. Jetzt sind jetzt hier auch noch welche da. Toll, danke. Ich denke, ich habe Riko von den Bugs befreit. Wieso sind da jetzt noch mehr Bugs als vorher? Ich finde, das Spiel macht durchaus Spaß. Es hat zumindest das coolste Gameplay von den ganzen Kommando-Deck-Stil-Bielen. Ich werde jetzt an dieser Stelle speichern. Ich muss diesen Systemkern halt nochmal machen. Aber ich kann es mir jetzt gerade nicht leisten, nochmal den Systemkern anzufangen. Das dauert einfach zu lange. Und 20 Uhr ist ja, wie gesagt, Pin and Paper. Von daher, mach mal an dieser Stelle Schluss. Ich werde jetzt noch jemanden raiden. Und dann, ja, beim nächsten Mal der Systemkern hier nochmal. Damit ich halt wenigstens den Ring holen kann. Der Ring ist absolut notwendig. Der hat Dickschädel drauf. Also ganz ehrlich. Wenn ich es noch trotz Kopf hätte, wäre das absolut göttlich. Aber, naja. Mit Dickschädel wäre ich auf jeden Fall deutlich zufrieden auf der B1. Vor allem, wenn ich dann noch bedenke, dass ich noch gegen Roxas und so kämpfen muss. Ja, klassisches Programmieren-Problem. Ein Fehler, ein bisschen weiter rein. Genau. So. Dann gucken wir mal, wen können wir denn mal raiden. Was haben wir denn da so? Gut, äh, wir raiden jemanden, den ich sonst nicht wirklich geradet habe, glaube ich. Äh, der macht aber gerade auch Kingdom Hearts und den zufolge. Ja. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Okay. Ciao. Okay, ich hab noch nicht getroffen. Fun.